Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Shakuza Heavy Rain. Im Oktober 2019 erschien mit Magnolia X das letzte Release von Shakuza. Nach mehreren Verschiebungen kommt nun das neue Album des Österreichers. Heavy Rain beinhaltet 14 Tracks und kommt mit Features von Mark Sloan und Martin Kautz. Das Album kommt über iGroove und erscheint als Box. Swiss und die Anderen Sauna Club. Das letzte Album von Swiss und die Anderen erschien im August 2018. Knapp zwei Jahre später steht nun das neueste Projekt der Hamburger an. Sauna Club kommt mit 12 Tracks. Features kommen unter anderem von BOZ, Ferris & See und Tamasch. Das Release kommt über Missglück der Welt und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Der junge Kölner ist aktuell einer der heißesten Newcomer im Bereich Deutschrap. Der Albumtitel ist die Abkürzung für The Entire History of You. Nachdem Edo Saia in den letzten beiden Jahren diverse EPs und Album veröffentlichte, kommt nun das neueste Release des Kölners. Die Tracklist und die Features wurden bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Das Album erscheint als Bundle und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.